Entdecken Sie Taiwans Textilien Taiwan, eine Insel im Pazifik, wird auch Formosa genannt, was schöne Insel bedeutet. Es hat ein bedeutendes kulturelles Erbe und viel Kreativität. Während sich auf der Insel eine Vielzahl von Industrien entwickelte, keimte und florierte die Textilindustrie. Und ist führend bei Textilinnovationen. Die Menschen sind ständig auf der Suche nach wirtschaftlicher Entwicklung, aber wenn wir zurückblicken, ist die Umwelt bereits voller Narben. Unsere Meere, Unser Land Unser Himmel Taiwans Textilindustrie steht für die Natur. Wir entwickeln nachhaltige und innovative Technologien, nutzen wir die Kraft der Technologie, um Grenzen zu überwinden und Müll in Schätze zu verwandeln. Kohlenstoffemissionen von Fabriken werden in Polyester umgewandelt. Zurückgelassene Fischernetze, die das marine Ökosystem schädigen, werden zu Turnschuhen recycelt. Textilabfälle aus dem Produktionsprozess werden in farbenfrohe modische Stoffe umgewandelt. Austerschalen werden zu antibakteriellen und geruchhemmenden Stoffen. Ananasblätter werden zu modischen Öko-Taschen. Und Kaffeesatz wird zu funktioneller Wanderkleidung. Taiwans Textilindustrie haucht dem Abfall neues Leben ein und erweitert so das Wissen um die Koexistenz mit der Natur, um unseren unersetzlichen Planeten zu schützen. Indem sie Nachhaltigkeit und Innovation nutzt, definiert Taiwans Textilindustrie die Wunder der Welt neu und schafft unendliche Möglichkeiten für unser Leben.